Musik Aha, das ist also mein neuer Arbeitsplatz. Schick, schick. Hallo zusammen, ich heiße Robin Schick, bin 28 Jahre alt, komme aus Berlin und ich bin Schauspieler. Und ihr könnt mich ab jetzt als Philipp Brandes bei Sturm der Liebe sehen. Ähm, um was geht's bei Philipp Brandes? Philipp kommt an den Fürstenhof, weil er eine Unterkunft sucht für seine Großtante Wilma. Die hatte einen Herzinfarkt und will dich nach der Reha noch ein wenig erholen. Am Fürstenhof trifft er auf alte, bekannte Gesichter wieder wie Eleni oder auch sein besten Kumpel Noah und Marco Schwarzbach, der ihn früher auch schon viel unterstützt hat und sein BWL-Studium finanziert hat. Ich würde Philipp insgesamt als, ja, charmanten, ehrgeizigen und etwas durchtriebenen Charakter beschreiben. Aber ja, findet das gerne selbst heraus und schaltet ein um 15.10 Uhr im Ersten oder auch in der ARD-MediaZene.